Essen ist das Herz des Ruhrgebiets. Wir spielen in vielen Bereichen ganz oben mit. 2010 Kulturhauptstadt, 2017 Grüne Hauptstadt Europa. Es wird Zeit, dass wir auch im Männerfußball wieder ganz oben mitspielen. Profifußball, da gehören wir hin. RWE als Verein, Essen als Stadt. Ich möchte Fußballfans aus dem ganzen Land in den Restaurants und den Bars unserer Stadt begrüßen. Ein Fußballverein aus Essen soll endlich wieder deutschlandweit Gesprächsthema sein. Denn eins steht fest, unsere Stadt ist nicht viertklassig. Essen will den Aufstieg. Bist du dabei?